Mein Name ist Gunnar Hemme. Meine Mitarbeiter und ich, wir produzieren hier in Schmargendorf, in der Uckermark, täglich frische Milchprodukte. Diese Milchprodukte haben wir in Ursprung im Kuhstall und dort haben wir jetzt den Beginn unserer Vorstellung. Bei uns ist es so, dass wir die neugeborenen Kälber Brust ziehen, dann beginnt die Aufzuchtphase und nach zwei oder zweieinhalb Jahren kalbt dieses Rind das erste Mal und wird damit automatisch zur Kuh, damit auch im Stall mit den anderen Kühen zusammengeführt. Zwischen Kuh und Kunde gibt es nur uns. Zwischen Kuh Zwischen Kuh